Geldanlage Schweiz. 13 Fragen der Schweizer Bank, die Sie wissen müssen 2018. Statistiken zeigen, dass die Schweiz für Geldanlagen den sichersten Finanzplatz der Welt hat. Der ideale Ort, um die Vermögen zu schützen. Der Finanzplatz Schweiz bleibt die erste Wahl für internationale Geschäftsleute. Sie müssen wissen, dass die Schweizer Bankenbranche streng reguliert und überwacht ist. Die Schweizer Regierung verfolgt zwei Hauptziele. Ziel Nummer 1 ist, den Ruf des Finanzplatzes 2 zu schützen. Ziel Nummer 2 ist, den Kunden zu schützen. Die hohe Regulierungsdichte kann die Eröffnung eines Schweizer Bankkontos in einen Albtraum verwandeln. Keine Sorge, wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess, bis das Konto eröffnet ist. Die Konteröffnung wird zum Kinderspiel mit uns. Entdecken Sie jetzt die 13 häufigen Fragen der Schweizer Banken. Solche Fragen zu kennen, wird die Eröffnung des Schweizer Bankkontos erleichtern. Wenn Sie die Fragen im Voraus kennen, wird Ihr Konto in kürzester Zeit operativ sein. Bleiben Sie dran! Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Enzo Caputo, der Inhaber der Boutique-Anhaltsfirma Caputo & Partners und Gründer von SwissBankingLawyers.com. Die Webseite, wo erfolgreiche internationale Geschäftsleute praxiserprobte Tipps bekommen, um Ihr Vermögen mit Schweizer Banken zu schützen. Entgegen früherer Meinungen ist die Eröffnung eines Schweizer Bankkontos heute kein einfacher Prozess. Wie vor zehn Jahren. Zunächst müssen Sie wissen, ob die Bank Ihrer Wahl Ihre Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen kann. Sind Sie bei der richtigen Bank? Banken sind hochgradig spezialisiert. Nicht alle Banken bieten alles an. Banken fragen nach Ihrem Wohnsitzland, nach dem Betrag, den Sie investieren wollen, nach den Arten von Transaktionen, die Sie vorhaben. Bereiten Sie sich vor und vermeiden Sie Widersprüche. Nun zeige ich Ihnen die üblichen 13 Fragen. Wie haben Sie Ihr Geld verdient? Woher kommt das Geld? Herkunft, die Geschichte des Geldes. Wo ist das Geld jetzt? Welche Kontaktivitäten suchen Sie? Wird das Geld angelegt? Benötigen Sie Beratung für Ihre Investitionen? Sind Sie daran interessiert, der Bank ein Vermögensverwaltungsmandat zu erteilen? Benötigen Sie Ihr Geld, um Geschäfte in der Schweiz oder im Ausland zu machen? Sind Ihre Vermögenswerte versteuert? Sind Sie eine politisch exponierte Person? Sind Sie eine US-Person? Sind Sie eine sensible Geschäftsaktivitäten involviert? Wie Bergbau, Unterhaltungsindustrie, Gambling, Casino, Nachtclubs, Erotik, Immobilien? Machen Sie Geschäfte mit Ländern mit viel Korruption, die einen hohen Corruption-Perception-Index haben? Kommt Ihr Geld aus Ländern, die bekannt sind für Drogenproduktion? Der Prozess scheint kompliziert zu sein, nicht wahr? Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde Sie Schritt für Schritt durch den Prozess begleiten. Ich werde Sie coachen, damit Sie auf alle Fragen die richtige Antwort haben. Sie müssen auf diese Fragen vorbereitet sein. Wichtig ist, die beste Bank für Sie zu finden. Die Bank, die in der Lage ist, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Sie brauchen die beste Bank, die auf Ihr Business zugeschnitten ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie beispielsweise in Handelsaktivitäten mit Rohstoffen involviert sind, wenden wir uns an eine Bank, die auf Handelsgeschäftsaktivitäten, auf Handelsfinanzierungsaktivitäten spezialisiert ist. Die Bank hat erfahrene Banker, die mit Stand-by-Later-of-Credits und Bankgarantien vertraut sind. Wenn Sie im Öl- und Gasgeschäft tätig sind, eröffnen wir ein Bankkonto bei BNP Paribas oder der Gasprombank in Zürich. Wenn Sie eine Bank mit niedrigen Gebühren fürs Trading suchen, werden wir Sie zu Interactive Brokers, Saxo Bank oder SwissCode einführen. Wenn Sie nach einem Vermögensverwalter suchen, der konstant Ihr Vermögen erhöht, werde ich Ihnen einen Top-Banker vorstellen, der einen Track-Record für seine Performance hat und erfolgreich für seine Kunden unterwegs ist. Wissen Sie, gute Banker sind immer beschäftigt und sind schwer erreichbar. Sie arbeiten jedoch gerne mit Leuten, denen Sie vertrauen können. Ich freue mich, Ihnen einen Top-Banker mit nachweisbarem Leistungsausweis vorstellen zu dürfen. In jedem Fall brauchen Sie ausreichende Geldmittel und einwandfreie Dokumente über die Herkunft der Gelder. Das ist ein Muss. Die meisten renommierten Privatbanken verlangen ein Mindestvermögen von einem Mindestbetrag von einer Million Schweizer Franken. Es gibt aber auch exklusive Privatbanken, die ein Mindestguthaben von 5 Millionen Franken fordern, um ein Konto zu eröffnen. Ich empfehle meinen Kunden, in jedem Fall die Bank vor Ort aufzusuchen. Ein Schweizer Bankkonto zu eröffnen, ist ein wichtiger Schritt in Ihrer finanziellen Karriere. Sie sollten tief in die Augen Ihres engagierten Bankers oder externen Vermögensverwalters schauen, bevor Sie Ihren Millionen anvertrauen. Wussten Sie, dass die Dauer einer Schweizer Bankkontobeziehung durchschnittlich länger dauert als eine Ehe? Laut Studien des Bankeninstituts der Universität Zürich beträgt die durchschnittliche Dauer eines Schweizer Bankkontos 17 Jahre, während die Dauer einer Ehe viel kürzer ist. Wenn Sie in Betracht ziehen, dass Ihr Bankkonto immer noch besteht, während Ihre Ehe aufgelöst wurde, sollten Sie auf jeden Fall persönlich die Bank besuchen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, zeigen Sie es uns. Geben Sie uns jetzt ein Like. Drücken Sie den Like-Button. Heute ist es möglich, Konton online zu eröffnen. Ich empfehle Ihnen dies nicht, es sei denn, Sie haben eine einwandfreie Dokumentation, die die gesamte Geschichte des Vermögens ab Tag 1 aufzeigen kann. Banken neigen dazu, mehr Dokumente zu verlangen, wenn Sie nicht persönlich zur Konteröffnung erscheinen. Die beste Strategie für die Konteröffnung besteht darin, alle angeforderten Dokumente zusammenzustellen und den Kontoantrag für das Due Diligence Verfahren bei der Compliance Abteilung einzureichen. Sobald Sie grünes Licht von der Bank haben, nehmen Sie ein Flugzeug und fliegen zur persönlichen Identifizierung nach Zürich. Sie sollten die Institution besuchen, der Sie Ihr hart verdientes Geld anvertrauen. Erfolgreiches Wealth Management erfordert genaue Kenntnisse der Bedürfnisse und Erwartungen des Anlegers. Ein persönliches Treffen ist immer besser als alle anderen Wege der Kommunikation. Wenn Sie bereits ein Bankkonto besitzen und mit Ihrer Bank nicht zufrieden sind, wenn Sie alle sechs Monate einen neuen Betreuer bekommen, stellen wir Ihnen gerne die richtigen Fachleute mit einem Leistungsnachweis vor. Wir finden die beste Bank, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir stellen Ihnen einen erprobten Top-Banker oder einen externen Vermögensverwalter vor, der in der Lage ist, Ihr Vermögen kontinuierlich zu vermehren. Wir zeigen Ihnen einen Private Banker, der Ihnen Zugang zu exklusiven Club-Deals und Off-Market-Deals verschafft, von denen Ihre Bekannten nicht einmal zu träumen wagen. Off-Market-Deals sind nicht auf dem Markt. Es sind rein private und sehr vertrauliche Deals. Ein Top-Banker vermittelt innerhalb seiner Privatkundschaft exklusive Club-Deals. Das sind ausschliesslich Off-Market-Deals, das lange Vertrauensverhältnis der Beteiligten garantiert, dass sich alle Vertragsparteien fair verhalten. Proof of Funds, das heisst Vermögensnachweis, sind nicht nötig. Da das Geld bereits in der Privatbank liegt, so kommen Sie zum Beispiel zu ausgesuchten Immobilienprojekten, von denen andere nur träumen. Wenn Sie Ihre Freunde von Ihrem letzten Immobilienkauf erfahren, werden Sie vor Neid erblassen und nur noch staunen. Ihre Freunde und Bekannten werden sich fragen, wie hat er es nur hingekriegt, den Zugang zu solchen exklusiven Deals zu bekommen. Wenn Sie irgendeine bemerkenswerte Frage der Bank kennen, wenn eine Bank eine sehr ungewöhnliche Frage an Sie gestellt hat, schreiben Sie diese Frage in den Kommentarbereich hinein. Oder stellen Sie einfach eine andere Frage. Ich werde alle Ihre Fragen innerhalb von 24 Stunden beantworten. Vor vier Monaten habe ich aufgehört, Videos zu produzieren. Der Grund hierfür war, dass ich mich auf die neuen Inhalte unserer Webseite konzentriert habe. Es erwartet Sie eine geballte Ladung an Insider-Know-how über Private Banking, Asset Protection, Vermögensverwaltung, internationale Steuerstrategien, den automatischen Informationsaustausch, AIA und wie Sie ihm nicht zum Opfer fallen. In Kürze wird es ebenfalls von uns extra für Sie, den weltweiten ersten Privatbanking-Führer, geben. Des Weiteren stehen über 30 neue Videos in den Startlöchern, die jeden internationalen Geschäftsmann brennend interessieren. Sollten Sie also immer noch nicht kaputten Partners auf YouTube abonniert haben, dann wird es jetzt allerhöchste Zeit. Verpassen Sie in Zukunft keine wichtigen Tipps und Tricks mehr, denn es geht um Ihr Business, Ihr Vermögen und Ihren internationalen Erfolg. Bleiben Sie immer up-to-date. Mit uns drücken Sie jetzt den Subscribe-Button. Wenn Sie eine private und vertrauliche Frage haben oder wenn Sie Ihre Vermögenswerte schützen möchten, indem Sie heute Ihr Schweizer Bankkonto eröffnen, greifen Sie jetzt zum Mobiltelefon und wählen Sie 004144-212-4404. Es ist nie zu früh, Ihre Vermögenswerte zu diversifizieren und einen grossen Teil davon in die Schweiz zu transferieren. Schaffen Sie einen Teil Ihres Vermögens aus Ihrem Land, bevor Ihr Land es Ihnen wegnimmt und verstaatlicht. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.